Nachdem Anna Ermakova bei ihrem ersten Auftritt im Let's Dance-Viertelfinale enttäuscht hatte, räumte Julia Beautix nicht ab. Sie konnte es selbst nicht glauben, damit habe ich nicht gerechnet, kommentierte Schauspielerin Julia Beautix, 23, die überragende Jurykritik nach ihrem ersten Auftritt im Let's Dance-Viertelfinale. Inzwischen, das gab sie zu, träume sie jetzt auch von der allerletzten Sendung der 16. Staffel. So langsam geht es immer näher ans Finale. Und es wäre absolut irre, dabei zu sein. Let's Dance! Jury sieht Julia Beautix im Finale. Wenn es nach der Jury geht, hat Julia Beautix ihr Ticket für die Endrunde bereits gelöst. Ihren Quick-Step in der 10. Entscheidungsshow bezeichnete Chef-Juror Joachim Jambi, 58, als finalwürdige Vorstellung. Solltest du wirklich bis dahin kommen, wäre der Jive einer der Kandidaten für deine Tanzauswahl, riet er ihr. Jorge González, 55, stimmte in die Lobeshymne ein. Du hast den Konkurrenzkampf für das Finale eröffnet. Mozi Mabuse, 42, ist ohnehin ein Fan der Schauspielerin. Bereits vor zwei Wochen erklärte die Jurorin, dass Beautix unschlagbar sei, sobald sie verstanden hat, um was es in einem Tanz geht. Im Viertelfinale lobte sie vor allem die Bandbreite der Kandidatin. Bei dir ist jeder Tanz anders. Am Ende gab es 30 Punkte. Let's Dance. Anna Ermakova vorerst geschlagen. Weniger gut lief es diesmal bei Anna Ermakova, 23, die einen Jive präsentierte. Es ist für 1,80 Meter nicht leicht, einen Jive zu tanzen, kritisierte Chef Juror Jambi, die Favoritin nach der Darbietung. Ihm habe die Geschwindigkeit gefehlt. Es war ein bisschen schwerfällig. Es war nicht einer deiner besten Tänze in dieser gesamten Staffel. Du bist ein bisschen zu gerade. Dadurch fehlt im Oberkörper etwas die Beweglichkeit. Es ist kein Standard. Bei Beautix dagegen stellte er die technische und rhythmische Qualität des Quick Steps heraus. Ermakova musste sich mit 26 Punkten zufrieden geben. Wir sind gespannt, ob Beautix Ermakova in den noch anstehenden Trio-Tänzen ebenfalls Schlage wird.